Von der Bahn aufs Rad. Der Verein Annerberger Land hatte am 16. August wieder zum Annerberger Landringradeln eingeladen. Start und Ziel wechseln bei dieser Freizeitsportveranstaltung jährlich in eine andere Gemeinde der Region Annerberger Land. Nach Wolkenstein im vergangenen Jahr war diesmal Thermalbad Wiesenbad, der Dreh- und Angelpunkt der radtouristischen Veranstaltung. Im Tschupautal, das für seine Wälder und idyllische Umgebung bekannt ist, bietet Thermalbad Wiesenbad mit einer 500-jährigen Tradition im Kur- und Bäderwesen vielfältige Möglichkeiten für einen Kuraufenthalt oder gesunden Urlaub. Eine geprüft reine Luft und das natürliche Thermalwasser zusammen mit regionalen Kräutern entfalten eine heilende Wirkung, bescheinigt der Sächsische Heilbäderverband und gratuliert dem Erzgebirgsort zur jetzt erfolgten Bestätigung des staatlichen Prädikats Kurort. Beste Bedingungen in Thermalbad Wiesenbad also auch für die Teilnehmer beim Annerberger Landringradeln.